Willkommen bei TorJTV und einer weiteren Schatzsuche, die gelöst wird. Hier diesmal bei ganz sicher verzaubert aktuelle Wochenaufgabe. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist folgendes. Setzt euch in ein x-beliebiges Hypercar aus eurer Garage. Die Klasse ist egal. Damit geht ihr dann einfach hier auf die Autobahn. Ich habe dazu mal den Singleplayer eingestellt, weil dann einfach mehr NPC-Fahrer unterwegs sind. Und hier heizt ihr einfach so schnell ihr könnt, so dicht ihr könnt an anderen Autos vorbei. Es geht um Davon gekommen und bei nahe Treffer-Fähigkeiten. Lediglich fünf Stück davon müsst ihr machen. Und das geht, wie ihr gleich sehen werdet, ruck zuck. Nach ein paar Sekunden bereits seht ihr, wie die Herausforderung abgeschlossen ist und oben aufpoppt, da ihr auf die Karte wechseln könnt, wie hier. Ja, und wie üblich poppt der Schatz dann auch schon hier links unten auf. Direkt an der Brücke, hier bei dem Kreisel. Kurz hinbeamen und dann seht ihr auch schon rechts von euch auf der grünen Wiese den Schatz sehen. Wenn euch das Video gefallen hat und euch Spaß gemacht hat, lasst mir ein Like da, folgt beim Kanal. Bleibt gesund, habt euren Spaß und wir sehen uns auf der Straße. Euer Torran137 Bis zum nächsten Mal. Ja, wird's los die Musik homepage Zhaomez geht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.